Musik Gobe hat eine interessante Neuigkeit für alle Kaffeeliebhaber. Die neuen Kaffeepackungen mit diesen Buchstaben hier. Diese zeigen Ihnen auf dieser Weltkarte genau aus welchen Ländern der Kaffee kommt, die in den feinen Gobe Kaffeemischungen drin ist. Gobe kauft in den Ländern ein, in denen der beste Kaffee wächst, nämlich in Mittel- und Südamerika oder Ostafrika. Alles edler Hochlandkaffee von speziell ausgewählten Plantagen. Wenn er bei Gobe ankommt, wird der Kaffee ganz streng geprüft. Die erfahrenen Kaffeeexperten von Gobe stellen mit sicherem Geschmack aus den verschiedenen Kaffeesorten die richtige Mischung zusammen. Und die grosse Kunst vom Gobe Röstmeister ist es dann, die Rösttemperatur und die Röstzeit richtig zu dosieren. 10 bis 12 Minuten wird der Kaffee sorgfältig geröstet. Dann werden Bohnen auf dem Sieb abkühlt. Jetzt ist ein Gobe Kaffee, wie Sie ihn kennen. Röstfrisch, herrlich duftend und hocharomatisch. Und so findet es in Ihrem Gobe Laden, in 5 verschiedenen feinen Mischungen. Das aktuelle Ferienangebot vom Gobe Fotoservice. Für jeden Farbfilm, den Sie zum Entwickeln und Kopieren bringen, kommen Sie beim Abholen einen Kodak Farbfilm gratis rüber. Und bis am nächsten Dienstag? 6 Knorrsuppen nach Wahl, den Beutel für nur 65 Krabben. 200 Gramm Gerber Streichschmelzkäse, assortiert, statt 2,55 Krabben nur 2,15 Krabben. 2 Dosen Schappi mit Rind, statt 2,60 Krabben nur 2,10 Krabben. Und 2 Dosen Matzinger Alicat mit Fleisch, statt 1,90 Krabben nur 1,50 Krabben. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag, 2 Liter Happy Day Orangensaft oder Gräppfrüensaft, statt 2,40 Krabben nur 1,70 Krabben. Und als aktueller Preisschlager, 3 Rollen Haushaltpapier für nur 2,30 Krabben. Auf Wiedersehen, bis am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit.